Hey Johannes hier von NewGadgets.de und ich bin gerade auf der CES 2023 in Las Vegas und hier am Roborock Stand, denn die haben neue Produkte vorgestellt, die ich mir in diesem Video anschauen werde. Zum einen die neue S8 Serie der Saugroboter und den Diet Pro, das ist ein Nass- und Trockensauger. Ja und in diesem Video, da werden wir uns einmal diese neuen Produkte anschauen. Die neue Roborock S8 Serie, die umfasst drei Modelle. Einmal den S8, den S8 Plus und den S8 Pro Ultra. Schauen wir uns mal an, was die Saugroboter nun an neuen Features bieten. S8 und S8 Plus sind eigentlich der gleiche Saugroboter. Der S8, der kommt nur mit einer Ladestation, der S8 Plus mit einer Staubabsaugstation. Der S8 Pro Ultra verfügt über einige weitere Features an Saugroboter und kommt auch mit dem neuen RockDock Ultrasystem. Hier wird der Mobaufsatz automatisch mit einer Bürste und Wasser ordentlich gewaschen und auch im Anschluss mit warmer Luft getrocknet, um die Bildung von Schimmel und Gerüchen zu verhindern. Natürlich wird dann auch der Staubbehälter entleert und der Wassertank des Roboters wieder aufgefüllt. Alle Geräte der S8 Serie verfügen über eine Saugleistung von 6000 Pascal, die bisher stärkste Saugleistung von Roborock. Dazu gibt es auch noch die neuen doppelten Gummi-Walzenbürsten, die die Schmutzaufnahme verbessern und noch effektiver gegen das Verheldern von Haaren schützen. Neu ist auch das VibraRise 2.0 Wischsystem. Dieses hebt sich bei der Reinigung von Teppichen automatisch an und kann Böden mit einer Frequenz von 3000 Bewegungen pro Minute schrubben. S8 und S8 Plus verfügen über ein Vibrationsmodul. Der S8 Pro Ultra setzt auf zwei Vibrationsmodule, um eine noch höhere Effizienz zu bieten. Beim S8 Pro Ultra wird außerdem die Bürste im reinen Wischmodus und bei der Rückkehr des Saugrobotes in die Dockingstation automatisch um bis zu 6 mm angehoben, um eine Schmutzübertragung zu verhindern. Dies ermöglicht es übrigens auch, verschüttete Flüssigkeiten aufzuwischen, ohne den Saugroboter-Teil zu beschädigen. Hier kommt auch eine neue 3D-Hinderniserkennung zum Einsatz, die verschiedene Objekte auf ihrem Weg erkennt und um sie herum manövriert. Auf dem Messestand von Roborock auf der CES wurde dies auch sehr gut an einigen Beispielen wie einem Kabel oder Schuhen gezeigt. Der Roboter erkennt die Hindernisse und fährt einfach an ihnen vorbei. Die Roborock S8 Serie wird ab März 2023 in Deutschland auf den Markt kommen und ab 699 Euro für den S8 starten. Der S8 Plus mit seiner Absaugstation wird 899 Euro kosten und der S8 Pro Ultra erhält eine UVP von 1499 Euro. Die zweite Neuheit ist der Diet Pro. Hierbei handelt es sich um einen kabellosen Nass-Trockensauger. Er besitzt eine extrem starke Saugkraft von 17.000 Pa. Damit kann dann entweder gesaugt, aber auch gewaschen werden. Man kommt fast überall damit hin, denn das Gerät kommt seitlich bis 1 mm an die Wand heran. Neu ist auch die intelligente Dosierung der Reinigungslösung, um am Ende ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen. Der verbaute Akku hält bis zu 43 Minuten durch, was für ca. 300 Quadratmeter reicht. Aufgeladen wird in der Dock und dann ist er in 4 Stunden auch wieder vollgeladen. Er hat einen 900 ml Frischwassertank und einen 760 ml Tank für das Schmutzwasser. Was auch sehr schön ist, er verfügt über eine Selbstreinigung, denn in der Dock reinigt er seine Walzen automatisch und verfügt auch über eine Selbsttrocknung, um Gerüche und Bakterienbildung zu verhindern. Der Diet Pro ist wirklich einfach zu benutzen und wie man hier schon am Messestand sehen kann, das Publikum war auf jeden Fall begeistert. Ich habe ihn am Messestand natürlich auch ausgiebig ausprobiert, Milch verschüttet, Frühstücksflocken auf den Boden geschmissen und das Ganze dann gereinigt und es hat einfach mächtig Spaß gemacht. Der Diet Pro wird in Kürze in Deutschland verfügbar sein und erhält eine UVP von 449 Euro. Zum Marktstart gibt es dann auch noch ein schönes Angebot und zwar 100 Euro Rabatt vom 12.01. bis zum 18.01. Und das war mein Video zu den Roborock Neuheiten hier auf der CES 2023 in Las Vegas. Falls ihr Fragen zur S8 Serie und dem Diet Pro habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde versuchen sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! 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 Ciao!